Die Reise von Grosenia nach Bad Kreuznach Kurze Geschichten unserer Stadt Teil 1 Die Stadt Bad Kreuznach ist eine Kurstadt in Rheinland-Pfalz, deren älteste erhaltene Stadtrechturkunde aus dem Jahre 1290 stammt. Heute leben hier etwa 50.000 Menschen. Die Brückenhäuser Die bekannteste Segenswürdigkeit der Stadt Bad Kreuznach ist die historische Nahe Brücke mit ihren Brückenhäusern, die schon mehrere hundert Jahre alt sind. Die Brückenhäuser sind das Wahrzeichen der Kurstadt Bad Kreuznach und gehören zu den seltensten Brückenhäusern weltweit, die noch erhalten sind. Seit 1980 stehen sie unter Denkmalschutz. 1632 Während des 30-jährigen Krieges Als schwedische Truppen die Stadt spürmten, traf eine Kanonenkugel eines der Brückenhäuser. Sie steckt heute noch dort. Die Römerwiller Um die Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus gab es an der Stelle der heutigen Altstadt einer römischen Siedlung namens Kruzziniakum. Hier entstand Mitte des 7. Jahrhunderts nach Christus eine wunderschöne Römerwelle in der Reiche Römerwohnten. Sie war 70 x 80 Meter groß und hatte sehr schöne Mosaikböden mit Fußbodenheizung. Auch unsere Schule trägt einen historischen Namen, Kruzzinia. Hier lernen gemeinsam über 700 Schüler, die aus der ganzen Welt nach Kreuznach gekommen sind. Willkommen in Kruzzinia! Musik . ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020